Ich hoffe. Half-Life in der Woods mit Vorgi und Pain. Willkommen zurück. Lasst uns weitermachen. Ja, in Half-Life in der Woods. Ein Pain ist irgendwo, die hören wir nicht. Schau mir Haie an. Hi. Die wollen sich irgendwie nicht mehr bewegen. Die sind eher Schockstarre, nachdem sie mich gesehen haben. Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Weiß man es selber nicht. Du stellst immer Fragen ernsthaft. Ernsthaft? Ernsthaft. Achso. Hab ich jetzt Eisen gefunden? Ja, ich glaub zwei, gell? So, was du geredet hast, glaub ich, hast du zwei Eisen gefunden. Doch scheiße, oder? Ich kann mir nicht mehr eine Hack... Ich kann mir nicht... Nimm mal deine scheiß Fensterscheiben da raus. Die bitte in den Schrank legen dann. Schrank? Ja, in die Kiste. In die Kiste? In irgendeine von den drei. Ja, passt halt aus. Aber ich kann mir eine Schaufel basteln. Axt mir. Machst du eine Axt? Au! Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich lass deine Bäume schon in Ruhe. Wir haben hier auch... Wir auch... Wo ist die Axt? Verflickst die Axt? Hallo? Lass mich nicht allein. Wo bist du? Wo bist du? Hallo? Schau mal hier. Hallo Caramba. Bitteschön. Bitteschön. So, jetzt raste ich voll mit der Schaufel ausgleichen. Gleich raste ich voll mit der Schaufel ausgleichen. Da haben wir zwei Eisenschaufeln gemacht. Jetzt geht was hier. Ja, welche Seite wäre uns wichtiger? Die linke oder die rechte Seite? Aber ich glaube, die rechte Seite... Aua, 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 Spinne! Da vor dem Haus steht. Aber die rechte Seite besser. Besser. So. Jetzt geht die Sonne wieder unter. Ja klar. Das ist schön. Was schnappst du? Wegen der Spinne. Okay, wegen der Sonne. Du hast doch gerade noch drüber geredet. Ist richtig. Und jetzt ist sie wieder untergegangen. Dann schnaufe ich durch und dann hörst du nicht was los. Genau, wegen der Sonne. Sonne, Mond und Sterne. Oh. Hinter dem hier ist schon wieder so irgend so ein Erdblock. Hier muss ich schon wieder... Granit ist das. Granit. Beim letzten Mal haben wir nicht so viel abhacken müssen, glaube ich, ne? An Erde. Oh doch, ich glaube schon. Hab das viel abhacken. Hab das viel abhacken. Auch ich gemacht. Ja, stimmt. Das kann sein. Da könntest du recht haben. So, jetzt habe ich die Schaufel noch kaputt gemacht. Die Holzschaufel. Damit die aus dem Inventar Gott sei Dank weg ist. Ich bin auch immer zu geizig, das wegzuschmeissen. Ja. Wenn dann mal ist kaputt. Auch wenn es ein bisschen langsamer geht, aber ich mache es kaputt. Da bin ich viel zu geizig. Gott sei Dank nicht geeissen. Nein. Du bist nicht der einzigste. Die. Nein, das macht einen Spass. In der Erdwurm schieben. Es stinkt mir voll, dass da so viel Erde ist. Ich glaube, ich muss irgendwann mal meine Mine anfangen und dann Diamant jagen gehen. Oh. Da hast du erstmal Eisen. Ja. Aber vielleicht finde ich Eisen auf dem Weg. Das kann bei so einem Miedengrabungs-Ding kann das sein. Da, da. Schön. 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 Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Aua. Unser Haus ist scheiße. Unser Haus ist scheiße. Warum? Das ist überhaupt nicht schön gebaut. Irgendwie. Dann baust du auch schön. Kann ich wieder die Hälfte abreißen. Ich bin tot. Ich bin tot. Hast du denn jetzt wegen dem... ...sterben da... ...Bett? Habe ich dir das schon erzählt? Ja, mir. Vielleicht willst du das irgendjemand anderes wissen? Ja, wenn man ein Bett hat, dann spawnt man angeblich beim Bett. Bett. Ach, da brauchst du wieder 100 Kügel glaub ich, oder? War das nun beim Bett so? Nein. Wann kommt die Flucht? Wann kommt die Flucht? also ich kann mal noch gesagt erst grundriss und dann feinarbeit hat halt hier auch gerne tür gebaut aber das geht nicht wieso geht das nicht weil ich die tür dann hierhin bauen müsste dann hier die die bretter hinbauen müsste damit die türen aufgehen weil sonst gehen sie nur auf aber nicht zu ist eine axt das ist nicht verarschen sehr froh dass ich überhaupt eine axt hast bin ich jetzt fast tot aber ich verhunger oder hast du mir wehgetan nein ich habe mir wehgetan hier müsste es hinbauen oder hier die tür und hier solche ich kann auch hier die türen bauen und hier diese breite weil jedes mal wenn du durch den gang rennst machte beide türen auf hier und links und rechts das ist du das ist einfach scheiße ist hässlich aus ist nicht die metrisch das ist nicht warum hast du es dann nicht symmetrisch gemacht weil ich dazu erstmal hinsetzen du musst du uns auf dem block zeichnen lässt du architekt meinst du bist du ein architekt architektin ne anscheinend nicht du als perfektionistin machst da einen fehler das kann ich mir irgendwie da irgendwas stimmt da nicht auch wenn ich nach unten gehe ist das fenster hier mitten drin ist einfach nur hässlich wo ist ein fenster hässlich warum ist denn da ein fenster kellerfenster bist du nicht zufrieden nicht richtig aber vielleicht kriege ich das noch irgendwie schon sonst waren wir halt einfach im pfuschhaus gibt es da nicht irgendeine bauretter wo man anrufen kann ne vielleicht so wieder anstellen dass die typen die sich in die luft jagen also du hast ja meinst dass zum schluss vielleicht ansehenbar das haus rauskommt wenn das in die luft flotten ist abreißen abreißen du hast ja eh gesagt das ist das erste haus du hast gesagt das ist von 0 auf 15 haus und man kann anbauen habe ich gesagt also jetzt bin ich traurig ist das schon schön sicher wenn ich lösche mal einfach mein kraft fertig wäre auch eine idee oder einfach löschen bin ich dafür bist du dafür nein bin ich nicht dafür aber diese kann mir hey ich bin konzentriert jetzt Birken was ist mit dem Birken hinter dir er soll doch in die luft fliegen also die dauert ich hab kein leben 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 ich kann nicht rennen dich hat ein creeper in die luft gesprengt äh ja mein kraft ab nein es stürzt doch nicht ab jetzt ist der esel gleich tot was hast du hier für eine armee ich weiß nicht wo die jetzt plötzlich her kam die hast du mit angeschleppt oh die sind jetzt erwachsen ja pass auf sie fliegen sonst irgendwann in die luft ich bin eigentlich verarschen warum ich bin gleich nicht mehr auf deinem sachen warum ja weil du dich das gleich ausstellen kannst wenn du jetzt die ganze Zeit mit meinen Eseln drohst du kannst doch ich nichts dafür wenn da ein creeper hinrinnt dann drohe auch nicht damit erzähl mir das nicht so will ich nicht mehr hab ich Angst um meine Esel weißt du wie wir die gerettet haben die haben echt kein anderes Hobby so ein Eisending geht aber auch schnell kaputt so ein Schaufel ja ja gut man hackt aber auch viel ab ne da kriegt man viele riecht der feiern jetzt krieg sieht da aus als würdest du dir das krieg bringen sollte ich mal zeigen wie das aussah was bist denn du so so stehst du hier so da das kann nicht sein weil dann stand ich an der Mauer ha 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 war auch nicht scheiss sah es aus hundertprozentig wir brauchen unbedingt Backpacks ey Das dauert Da brauchen wir ja Gold dafür Ach stimmt Scheiße Wann kommt das Gold Wann kommt das Gold Ich glaube das dauert Also ich werde mich da langsam aufmachen in meine Mine unten Weil es geht doch nichts ohne über Materialien vom Werkzeug, da bringt das grösste Haus nichts Hallo Esel Oh, da ist was runtergefallen Könnten Sie mich nächstes Mal bitte vorwarnen Haus Scheiß Haus Ernsthaft Wird das ein riesen Fenster Hallo Was Wird das ein riesen Fenster Ja Ja Sieht gut aus Ich gebe mal in den Keller Viel Spaß Werde bestimmt haben Werde bestimmt Machen wir jetzt erst Darf ich das erstmal überall rein tun Ja Kein Problem, oder? Ja Wo ist mein Glas? Ah da oben Das ist in der einzelnen Kiste Hab ich das neu Äh ich brauche Bruchstein Was Kohle muss ich Und meine Stänge Ah hier Das brauche ich nicht Das Das Bruchstein Wo ich hacke So Vielleicht stosse ich ganz schnell auf Eisen Das wäre super Wir gehen in den Mienenkeller So Ich werde es in den Mienenkeller immer so machen Die 10 Etagen Eine komplette Reihe durch Damit wir Wir sind jetzt Etage 55 Das heisst bei 50 40 30 20 10 Mach ich so Eine Etage Das habe ich mir vorgenommen Und das wird auch so sein Schön, dass ich meine Dinger nicht mitgenommen habe Meine Mein Gott Meine Bretter nicht mehr Hallo Borgi Borgi Komm mal bitte Ja Moment jetzt Ich muss jetzt erst so kurz was basteln Dann komm ich Ja bitte Du? Bist du oben? Ja Wunderschön Oder so Hä? Wo ist der Unterschied? Das ist ein Blockglas Und das ist in der Mitte das Glas Ich würde in der Mitte das Glas nehmen Also das ist grandios Dieses Panorama werde ich lieben Hier werde ich abends aufstehen mit einem Tee Mit einer heißen Schokolade Eine Verabschiedung von unseren Zuschauern Das heisst Verabschiedung von unseren Zuschauern heisst Lass mich in Ruhe, geh weg Nein, halt Tschüss sagt Für die Folge Das ist schön Vorstellung ist schön Gefällt mich Gefällt dich Schau mal was ich hier gefunden habe Eisenerz 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 Super Schön Geil Grandius Und Dann hier noch Gegenhin Hier Und so Genau Jetzt sind wir Stufe 52 Da müsste hier dann Nein Das ist immer noch 52 So Und so Das ist 51 Hier ist Steinkohle Ach Das ist wieder schön So macht So macht der Minecraft Spass Hast du jetzt genug gefunden Ja Ja Kohle Aber Eisenerz Ist jetzt nicht wirklich Eisenerz Noch nicht Eisenerz Erst Neun Stück Ein Stück Sind immer noch Immerhin schon mal neun Stück Hier ist Plattform 50 Hier machen wir jetzt was Und mal drei hoch Genau Zwei rein Was ist denn? Was ist? Alles gut Du hast gelacht Warum? Ah Fällt dir vielleicht irgendwann schon auf Ich muss hoch Das hier Bitte? Ob das hier ist Ja Ist nicht so Ist nicht so tragisch Da fällt es dir auf oder nicht? Ja wo denn? Eher wenn du von draußen kommst Auf jeden Fall Moment Warum ist die Tür jetzt andersrum? Andersrum Ist andersrum oder? Ah das auch Ja stimmt Äh Ich hab die Tür um eins versetzt Ich dachte Vielleicht fällt dir das nicht auf Oder so Ach Ich hab aufgepasst Nein Hab ich nicht Doch Ich hab bloß das Glas Irgendwo hingepflanzt So 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 Falls sich übrigens Eine denken Warum das bei Pain Oben anders aussieht Die benutzen Ein anderes Resource Pack Ich benutze Vanilla Aber das müsstet ihr eigentlich wissen Wenn ihr die ganze Zeit zuschaut Was ihr hoffentlich macht Bitte schön Auch zwei rein Weißt du was mal geil wäre Wenn wir mal so Burger Zeugs finden würden Wieso? Weil das einfach super schmeckt Hast du schon mal probiert? Ja diese ich mein diese Riesendinger aus den Dungeons Zum Beispiel Ach Diese crispy chicken Ich geh gleich offline Ciao So Burgermarkt Und wieder? Ich bin burgersüchtig Eieieiei Eieieieiei Nicht burgersüchtig sein Jetzt habe ich Eins Zwei 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 Das müsste Rein theoretisch Richtig sein Hier breit wird eine Wand dazwischen Glaube ich Ne Zwei Wände dazwischen Ja genau Aber Ja genau Richtig Hier ist es Hier breit Jetzt mache ich hier mal eine Laterne hin Habe ich hier Eins Zwei 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 Hier breit Ich bin leicht hungrig Gott das geht noch Geht man nicht gleich drauf Jetzt habe ich das so breit Du Schatzi Wie schalte ich denn meine Frames Anzeige oben aus? Weiß ich nicht Irgendwo im Ding drin im Menü Okay Du hast gerade geredet wie Alberto Weiß ich nicht Weiß ich nicht Keine Ahnung Aber wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Minecraft Burger in der Woods Macht es gut Bis dann Ciao Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020